ja herzlich willkommen zurück zu minecraft endlich geht es weiter es war doch leider ein bisschen verzögerung kam mir ein paar sachen privat dazwischen einmal hat mich auch komplett krank noch zerlegt naja ihr seht schon es schaut ein bisschen anders aus und zwar wir spielen jetzt mit dem minecraft texture pack version ist noch die 120 ich weiß gerade nicht welche punkt version aber das ist auch ziemlich egal immer noch dieselbe wie vom letzten mal und hier schade ist weiterhin complimentary shaders diesmal in der geupdateten version das heißt wir sollten auch keine irgendwie shader box im wasser und sowas haben wir sagen es schon definitiv alles gleich viel angenehmer aus mit dem shadern und den texture pack und ich gucke mich jetzt erstmal ein bisschen um was ich hier eigentlich fabriziert habe und was ich hier vor hatte ich weiß noch ich wollte glaube ich eine art kleines dorf und sowas bauen mit ihm hier so eine art reißfelder dann klar das ist weizen aber so dass wir die idee gewesen aber was haben wir denn hier über also ich weiß noch wir waren in der höhle haben ein bisschen sachen schon mal abgebaut naja körper ich dachte es war eisen aber okay damit muss ich erst mal zurechtfinden was denn hier und was ist käme eisen für echt nur vier eisen wir haben glaube ich noch einmal irgendwo aber ein eisern und ingot haben wir hier noch drin das lege ich mal hier mit dazu ja ansonsten haben wir irgendwie nicht so wirklich viel naja genau ich weiß nicht welche farbe der weizen hier in dem texture pack hat wenn der komplett reif ist aber das schaut mal alles noch recht kurz aus deswegen glaube ich nicht dass das hier schon fertig ist wir lassen es einfach mal wachsen und gucken da demnächst noch mal rein so und wo bauen wir denn jetzt am besten weil ich glaube hier könnte man schon ganz nett eigentlich eine hütte bauen ein bisschen platz möchte ich noch lassen tatsächlich wegen dieser art reißplantagen deswegen will ich nicht zu nah dran bauen ich bin so ab hier ungefähr ich mache mal so ein bisschen im bereich frei na ich weiß noch ich sollte keine blumen in der hand halten weil dann kommen gleich die bienen zu mir und die würde ich ungerne wütend machen indem ich die aus versehen schlage ich glaube so ab hier ungefähr könnte man damit ein haus anfangen ich baue jetzt eher kleine häuser das war so meine idee damit eben auch so eine art kleines dorf sich erstellen kann und ja jedes haus mit so ein bisschen so eine funktion die kommt und so ein farmhaus hin da kommt immer noch ein lagerhaus hin dann irgendwo noch eine art minenhaus und ich weiß nicht was man alles noch so bauen könnte genau die monster haben wir glaube ich an ich gucke mal ganz kurz ja die haben wir an deswegen soll ich auch gleich schlafen gehen hi jeff grüß dich genau ich muss sagen es schaut echt ganz geil aus mit dem texture pack gerade hier auch so in diesem cherry biome kirschblüten biome fällt mir sehr gut gut wie gesagt ich muss noch so ein bisschen zurechtfinden wo ich hier wie wo was vor habe und geplant hatte viele etagen könnte man hier noch machen man hier noch eine etage dann kommt hier nur einen dann vielleicht noch mit weite also auf der ebene ich glaube alles andere wird größentechnisch ein bisschen zu weit vielleicht noch eine einzige weitere das könnte noch gehen keine blumen in die hand nehmen ich weiß gerade nicht mehr werde noch mal was mein name sagt mir noch was aber ich kann es gerade nicht mehr verknüpfen sorry die cherry planks schauen jetzt hier so aus okay moment kurz mal anschauen okay ein bisschen schwierig jetzt wenn es so ausschaut wo eigentlich ein werk da sind werkbank okay wir haben nicht mal mehr eine axt sticks darmesticks vielleicht normales holz weil das cherry holz passt ja dann nicht ganz so gut um hier häuser mit zu bauen wenn es so kantig ist man kann es auch andere sachen schön mit bauen aber ich glaube von der hauswand schaut es nicht so gut aus hat mal überlegen haben wir denn normale bäume überhaupt wir hätten dann ist allerdings akazien saplings auch saplings ja wir hätten immerhin welche wenn tatsächlich ist schon ein einziges chaos mal wieder ich pflanze aber mal ein paar irgendwo so an können wir die auch demnächst aber mal bisschen sammeln sagen so langsam werden mir die blumen ein bisschen zu viel hier schon fast kann ich nirgends was platzieren und muss erst mal alles kaputt hauen aber wir sollten auf jeden fall diesen baum mal abreißen weil der steht mitten im weg aber warte ich glaube wir hatten doch hier eine goldachs drin habe ich es richtig gesehen jawohl die ist eh schon fast kaputt und ach wir haben mehr äxte okay ich hab mal wieder alles übersehen jetzt aber erstmal diese goldachs noch kurz genau weil die hat sich eh schon erledigt da ran wunderbar den müssen wir auch noch weghauen den hier will ich nicht weghauen weil da ist der bienenstock mit dran so ist der denn genau der der star mit dran jedoch es gehört dazu dass ich auch noch zu dem baum dazu gehört weiß ich nicht aber wahrscheinlich wahrscheinlich das ist heute auch schon wieder so brutal warm ey dachgeschosswohnung lässt grüßen das war auch so ein bisschen mein dilemma die letzten tage warum ich so gefühlt gar nix aufgenommen und gestreamt habe weil ist hier oben aber komplett weggeschmolzen und dann auch hier mit licht vor der kamera vom pc sitzen vor der kamera genau ist nicht so angenehm ich meine ich schwitze jetzt schon wieder klar ich könnte die kamera auch ausmachen aber wäre irgendwie glaube ich durften leistung ohne kamera talk mir zumindest persönlich nicht so das ist so haben wir hier noch irgendwas ja den baum auf jeden fall du musst leider auch weichen mut mir leid schöner baum bisschen lags gehabt keine ahnung oder habe ich gerade nur die maus verzogen ich hoffe es läuft auch sehr flüssig jetzt mit dem texture pack manchmal macht das ja dann ein bisschen probleme wenn man shader und texture pack hat aber ich glaube soweit läuft es okay man kennt ja mit minecraft das ist nicht das bestoptimierteste spiel so jetzt schaut es noch ein bisschen freier aus bisschen luftiger das ist nur die frage was für eine art von haus baue ich und wie gestalte ich das was gut ist wir haben schon die ersten ruckbäume eiche glaube ich ist das doch auch müsste eiche sein ja ich spiel schon seit seit praktisch der ersten alpha äh nicht ersten alpha aber einer der ersten alphas und ich weiß die baumnamen immer noch nicht oder die baumsorten gut sehr genau das sind nämlich normale planks die bieten sich glaube ich ein bisschen besser an um häuser zu bauen mhm gibt es denn möglichkeiten für variationen von dem wie heißt denn das cherry aber nur nicht so wirklich ja die zäune schauen aber cool aus die gefallen mir gut die tür schaut auch cool aus ja dann kann man damit glaube ich ein bisschen ein bisschen arbeiten ansonsten wir haben noch bestimmt auch noch wir haben noch birken saplings oder ne akazie und jungle haben wir dann bin ich schon fast versucht gerade noch birken zu holen weil die haben sehr helles holz und das schaut glaube ich dann besser aus weil die haben so ein fast weißes holz schon dann zögert sich noch ein bisschen hinaus mit dem ersten hausbau aber ich überlege gerade ich habe noch eine andere idee heute war so im verlauf des tages gehabt das kam also ganz spontan ich baue mir ein haus was halt sich praktisch in jede richtung irgendwie so erzieht und erstreckt und keinen wirklichen naja sag mal ja nicht grundstein aber kein system hat keine planung hat und einfach immer erweitert wird sobald man was erweitern möchte und dieses haus einfach komplett wild irgendwie in die welt hinein baut und versucht es so aussehen zu lassen dass es äh ja nicht komplett chaotisch ausschaut aber das wird es ausschauen doch ich glaube ich mache sowas einfach so ein haus was alles irgendwie kombiniert vielleicht auch mit längeren gängen unterirdisch oberirdisch wie auch immer brücken und so weiter und so fort aber da muss ich erstmal hinkommen zeitlich überhaupt das alles zu bauen aber das wäre zumindest mal so die idee weil ich glaube das kriege ich besser hin wie so eine art kleines dorf weil in einem kleinen dorf schaut dann jedes haus irgendwie gleich aus und wenn ich da ein so großes komisches gebilde vor mich hin zimmer könnte das ganz cool werden betonung liegt auf könnte ich mache mir erstmal noch ein bisschen mehr platz hier mit der erde ach und eigentlich wollte ich doch gerade birken sammeln gehen so noch kurz hier die saplings einsammeln in irgendeine richtung würde ich den wald dann auch gerne ein bisschen dichter pflanzen aber das hat noch zeit jetzt überlege ich mir noch wo wie was genau was ich aber noch gerne machen würde dass wir dieses chaotische inventar wieder ein bisschen leeren genau wir brauchen dringend erstmal irgendwie einen lagerraum oder lagerplätze weil das hier ist ja alles noch unfassbar chaotisch und wollte ich ja genau die akadien saplings und den jungle sapling auch einmal pflanzen dann haben wir ein paar mehr holzfarben schon mal zur verfügung werden wir wieder wieder kommen von der kurzen birkenreise wirklich viele birken wachsen nämlich nicht so in der nähe ich sollte mir aber trotzdem ein bisschen platz im inventar schaffen ich werfe jetzt einfach mal alles hier irgendwie rein das system hat sich eh alles noch nicht bett kommt für alle fälle mit eine axt sollte reich ich will zwei äxte mit für alle fälle sticks haben wir auf jeden fall auch mehr als genug die kann noch weg das kann weg die können wir noch pflanzen glaube ich oh da ist hier kein platz ne dann nehmen wir uns mal ganz kurz die hake die gute alte ho gut wir rechen hier schon mal ein bisschen den boden ne das ist kein rechen wie nennt man das wir stellen den boden ich glaube auch nicht irgendwie so halt ne ihr wisst was ich meine okay wir haben ein bett wir haben alles koordinaten checke ich noch einmal minus 67 minus 750 kann ich mir glaube ich merken jetzt ist die frage da war viel wasser in die richtung da wird es glaube ich unten nichts bringen wenn ich da weiterlaufe ich laufe irgendwie so in die richtung hier in der hoffnung dass wir was finden aber theoretisch reicht ein einziger baum aber hier gibt es ein bisschen eisen eine goldspitzhacke mit mending ne die war für kohle genau weil die regeneriert sich dann mal selber wieder gut wie das eisen so glitzert auch hier in den texturepacks gefällt mir auch gut ach komm dann nehmen wir die kohle auch gleich mit wenn wir schon hier sind ob ich mich schnell ablenken lasse ist es nicht ach das ist ein eisenspitzhack ok ja eisenstein schaut irgendwie doch sehr ähnlich aus finde ich aber ich nutze es dann doch erstmal weitestgehend die steinspitzhacken hier für normale materialien ich überlege mich jetzt ganz schnell ok noch nicht aufs ohr ich dachte es wäre schon soweit ah hier ist eine kleine höhle ok gut zu wissen na lass mich schlafen ok dann haben wir zumindest hier alles gesammelt ich markiere mir mal trotzdem die höhle schon mit einer fackel und dann sehen wir die zumindest mal irgendwann mal nachts leuchten wenn wir hier mal lang laufen so einmal gute nacht wird wieder mitnehmen dann gehen wir auf eine kurze reise haben wir endlich was zu tun ok wir haben 23 brote das ist ok ich würde sagen haben wir eigentlich schon essen überhaupt das ist das wichtigste aber ich glaube wir haben einiges an strohballen gesammelt letztesmal bei den dörfern die wir so ein bisschen geplündert haben das heißt auf jeden Fall geht ansonsten schauen wir bei den dörfern nochmal vorbei da müsste noch glaube ich einiges an stroh rumliegen und da können wir uns auch gut bedienen aber kürbisse ich glaube die haben wir noch nicht dann nehmen wir uns auch gleich mal ein paar mit was ging das denn am schnellsten mit der axt glaube ich oder jep so das reicht der rest kann gerne stehen bleiben und da hinten haben wir einen normalen wald ach da auch da müsste es dann auch birken geben aber warte war hier nicht so eine riesen schlucht irgendwie doch das war doch auf der karte ich glaube da war die riesen schlucht und hüllen komplex und weiß ich nicht und und hast du nicht gesehen ich erinnere mich glaube ich so vage daran ja ja genau das noch ein paar Birken auf jeden Fall das ist gut ich habe nur Angst dass ich gleich irgendwie runter plumpst weil ich dann zu schnell hier um die Ecken laufe die Musik hetzt auch gleich so ein bisschen ah ja genau hier war das das ist aber wirklich gigantisch hier dieses Loch im Boden einfach da will ich auf jeden Fall irgendwann noch rein und alles erkunden aber das machen wir erst wenn wir uns oben so halbwegs niedergelassen haben zumindest ne ja vernünftige Rüstung haben wir nicht nur ein kleines Helmchen weil das geht sonst glaube ich nicht so gut aus für uns welche Bäume ich noch gerne hätte wären noch die Tannen und das dunkle Oakwood zum Gucken alles gut mit denen kann man sich auch immer sehr schön bauen natürlich die nächste Schlucht direkt hier was auch sonst es ist so warm ich schmelze hier das Holz ist mir grad an sich gar nicht so wichtig ich will eigentlich nur die Saplings haben damit das oben bei uns auch farmen können hier kann man so eine kleine Baumfarm hier irgendwie anlegen das habe ich mal ganz früh irgendwann gemacht habe ich einfach auf dem Meer gebaut und mir immer Plantagen praktisch oder halt kleine Inseln gebaut auf dem Meer und dann auch eine riesen Baumplantage irgendwie angelegt ich weiß einiges von den Wetland wird es hier nicht decayen also sich abbauen weil hier noch zu viele andere Bäume stehen ich hau mal trotzdem ein paar von denen weg das Holzbaum an sich ja auch also von daher es ist keine verschwendete Zeit ja schnaub da stimme ich dir zu typische Montagseinstellungen doch ein Zeppling habe ich doch grad schon irgendwo hier rumfliegen gesehen auf irgendeinem der Bäume aber wo ist er hin? ne das ist der falsche mhm, ach da oben ist einer ok, das ist schon mal wichtig so kann ich hier drüben noch irgendwie ein bisschen nachhelfen ja bestimmt mit den zwei bäumen gehen hier noch ich meine wird sich nicht viel abbauen aber zumindest der birkenbaum wird die was gibt es hier so viel dunkel viel tod das nenne ich ein material das da unten ist ja das ist eine blume ich dachte das ist eisen gewesen und dann kupfer und dann oder genau andersrum und dann ist das alles kupfer das zeug und dass du hinten auch ein bisschen extrem leuchtet ich glaube der schäler ist doch nicht so ganz richtig eingestellt das mache ich dann mal irgendwann auf screen ist jetzt aber auch nicht ganz verkehrt wenn man in der höhle so die materialien so ein bisschen leuchten sieht habe ich jetzt nicht so viel dagegen und nein das ist jetzt kein cheaten glaube ich zumindest behaupte ich jetzt einfach mal